Ja, im Leben ist doch alles wunderbar und schön, so wunderschön, denn zwei wie du und ich einander gut verstehen, so gut verstehen und ein Lied erklingt, das von Liebe singt. Doch was die Traumwelt verspricht, das hält leider die Wirklichkeit nicht und das Herz schlecht heißt, weil man niemals weiß. Wann wirst du mich fragen, wann darf ich es sagen, wird dieses Glück einmal wahr für mich? Wann wirst du mich fragen, wann darf ich es sagen, wird dieser Traum einmal Wirklichkeit? Mein Herz ist längst bereit. Wann wirst du mich ansprichert? Untertitelung des ZDF, 2020